Der zweite Schädel befindet sich in der Mission Die Gründung. Und zwar, wenn ihr hier zu dieser Scheibe kommt, dann geht ihr nach links. Und hier dort oben ist der Schädel. Da. Am besten geht ihr erstmal hier rauf. Und von hier aus. Dort oben hoch. Und dann geht ihr hier zu einem Rand hoch. Am besten macht ihr die Helmkamera an, das Helmlicht. Und dann müsst ihr hier rauf. Und hier ist der Schädel. Die Schädel. Untertitelung des ZDF für funk, 2017